Hallo zusammen, wir sind heute hier am Eulenberg, hinter mir nichts als Acker. Ein Acker, auf dem hoffentlich bald Großes für Magdeburg passiert. Die Fläche ist vorgesehen für eine Großansiedlung. Und das ist nicht nur eine ferne Zukunftshoffnung, sondern ein reales Szenario. Denn wir sind einer von zwei Standorten, die für eine Großansiedlung, ohne zu wissen, wer es ist, in der engeren Wahl ist. Wir reden hier über ein paar tausend Arbeitsplätze für Magdeburg. Und für alle die, die nach der Wende erlebt haben, wie Industrie in Magdeburg abgebaut wurde, die das selbst erlebt haben oder aus Familiengeschichten erkennen, all die wissen, dass das eine große Chance ist. Wir werden den Weg dafür im Stadtrat freimachen. Und dann, liebe Magdeburger und Magdeburger, heißt es Daumen drücken.